Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Wurms Clan Wars und ja, Jack und Phil sind auch wieder mit dabei und Phil hat ja direkt den ersten Zug. Mal gucken, ob es heute wieder ganz, ganz großer Betrug wird. Moin Moin. Wann habe ich das zuletzt betrogen? Moin. Ich weiß vor allem jedes Mal die Steuerung auch nicht, ne? Ja, ich wollte auch gerade mit VASD steuern, aber funktioniert nicht mit VASD. Ist nicht mit VASD? Nee, mit Pfeiltast. Gut zu wissen. Und Tab war Waffenmenü öffnen, richtig? Nee, rechte Maustaste, glaube ich. Ja, was man macht. Tab war, glaube ich, für Wurmwechsel und so. Winter ist springen, Leerzeichen, Leertaste müsste schießen sein. Oh, nicht springen? Schäfte ziemlich sich. Schäfte springen? Schäfte springen. Okay. Aber was ist enter? Ich habe keine Ahnung. Der Lobis dran. Enter ist, wenn du auf ein feindliches Schiff gehst, um es zu körpern. Was mache ich denn? Wo bin ich denn überhaupt? Ja, toll. Ich kann ja gar nichts machen. Dafür noch die Hälfte. Boah, schieß den komischen gelben rechts ab. Shift sagst du war springen, ja? Ja. Boah, das war eng, dass du da keinen Fallschaden bekommst. Ach, easy going. Das war da nicht eng. Ich muss aber was machen, langsam. Wie schieße ich? Mit Leertaste. Leertaste. Achso. Das haben wir davor geklärt. Ja, natürlich bin ich hier im letzten Loch dran, oder was? Mit Leertaste zu schießen, es hat nicht geklappt. Das ist ja ganz toll. Wird hier direkt gebunkert, oder was? Also, die Zeit. Auf den der Bunker, auf den muss immer gegangen werden. Bunkern? Das sieht weniger nach Bunkern aus, als irgendwie. Die erste Runde ist da nicht mal rum. Ja, die erste Runde ist da nicht mehr rum. Und es wird schon in Richtung Jack fokussend gegangen. Ja, natürlich. Als wenn nicht Phil der Stärkste hier in dem Spiel ist. Ach, Quatsch. Also, Phil direkt rausschießen. Sag nichts. Nachher haben wir ein spannendes Match, Lauf. Ja, weil wir die beiden Noobs sind. Wie eben. Wobei ich nochmal deutlich größeren Noob bin. Ich weiß auch nicht, was hier mit dem Bild-Rate los ist. Das ist eine bei mir gerade die Bild-Rate. Hast du es gesehen? Ja, jeder auf mich. Ja. Ja, es waren auch nicht wieder. Also, ich habe auf Mo gegangen. Jetzt ist es locker, lockig auch einfach ein Wurmwechsel machen können. Ja, es ist aber auf Mo gegangen. Mo kann ich ja irgendwie teilweise verstehen. So, was mache ich denn? Denk die mit uns? Ich habe mich bei dem einfach richtig hart in die Fresse. Warum willst du sowas tun? So richtig mit Schwung. Au. Bam. Auch noch Fallschaden? Mehr Fallschaden gab es nicht. Doch, ein. Ja, recht. Ich habe dir deutlich mehr Schaden gemacht als du mir. Deutlich mehr. Jetzt ist es eher dran. Geil. Durch den anderen durchschweißen. Ja, das ist, glaube ich, nicht die Alternative. Ich hätte rauskommen sollen. Habe ich gar keinen Wind? Warum habe ich keinen Wind? Ja, Wind wird überbewertet heute. Ich glaube auch. Ja, ich glaube nicht, dass du da einen geilen Schuss abliefern kannst, der irgendwas trifft. Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Kommt der genau wieder runter. Der geht direkt wieder runter. Ohne Wind geht er direkt wieder runter. Ich wollte nur gucken, ob wirklich kein Wind da ist. Ja. Aber festgestellt, es ist wirklich kein Wind da. Wenigstens selber Fallschaden gekriegt. Also bisher keine Runde ohne Schaden. Abwege ich mich ein, die wieder gemacht wird. Aber es seinen eigenen Wurm mitopfert. Opfer, schmopfer. Check, merkst du das? Ja. Er spielt nur gegen uns. Und wenn er die Chance hat, vor allem gegen mich, gegen mich selbst zu spiele, ist keine Alternative. Oh, ich stehe richtig, ich bin hier jetzt in den Boden drin, kann ich dem direkt was auf den Schädel setzen. Oh, schade. Aber da steht es auf eine Klippe. Könnte ich eigentlich einfach das Fass wegsprengen, oder? Ja, theoretisch schon. Ich muss bloß aufpassen, ne? Das ist weit genug weg, denn ja. Vermutlich. Oh, das kann nicht gut sein. Wow, das ist behermlich, Alter. Oh, shit. Der Combo-Move. Ah, genau so war es geplant. Wie geil, ey, ist die Miene noch rüber. Genau so sollte der doch kommen. Das ist natürlich schön, ey. Ja, ich hab hier auch Positionen, ey. Check durch den zwei Blaue. Und ich hab vor allem Wind. Ja, steh, mein Blaue, das sehe ich. Die spielen gerade Schnick-Schnack-Schnuck. Ja, da will man die ja nicht unterbrechen, ne? Also werfen wir die mal leise rüber. Oh, der ist gut. Nee, der ist gar nicht mal so gut. Ja, doch, der war okay. Der war okay. Ich fand den nicht so verkehrt. Nee, das stimmt. Ich bin auch ziemlich zufrieden mit dem Wurf. Ja, natürlich geht jetzt das Feuer weg. Wie lame ist das denn? Oh, nee, wenn ich das schon zähle. Achso. Hast du deine Mutter dabei? Boah, der letzte hätte sie in Dynamit droppen auf mich. Der ist aber nicht so optimistisch. Könnte es mal sein, die machen große Sprengung. Der ist ja richtig schlecht gewesen. Leider nicht groß genug. Erbärmlich. Wir haben jetzt geschrien. Der hat einen, mein Wurm hat einfach nur gegessen. Gähn. Achso, okay. Das ist Gähnen. Dieser Schrei. So. Ich merke hier den starken Fokus auf mich. Ich drücke einfach auf die Zahlen für die Sekunden, ja? Ja, aber die oberen, also nicht Nummernblock, sondern die oberen. Genau, eins bis eins. Ah ja, cool. Okay. Ich glaube, eine Vier wäre ganz gut. Oh, der war gar nicht so scheiße. Ja, der war gut gedippt. Ja, jetzt hat er allerdings... Ich hatte eigentlich gehofft, dass er runterfällt. Alter, wo stehen meine Würmer? Sei da froh, wir kommen gar nicht an dich ran. Ja, froh sein ist ja trotzdem irgendwie so eine Sache. Lauri und ich reiben uns gegenseitig auf und du kannst da unten chillen. Ja, ich merke schon, ich will aber ja gar nicht chillen. So, jetzt habe ich hier eine Lenkrakete. Das ist doch schön. Das interessiert doch am Ende niemanden, wie du gewinnst. Wenn das Ding hier kaputt geht, wäre doch super. Das geht halt nicht kaputt. Grundsätzlich auch gefallen. Es geht nicht kaputt. Erst ab dritten Schuss. Schauen wir. Oh, schön, schön. Aber erst ab dritten Schuss. Es geht nicht kaputt. Ja, ahne. Vielleicht hast du schon dreimal Damage bekommen. Einmal auf jeden Fall. Kann sein. Jetzt krieg ich ja auch noch eine Waffenkiste. Wie lächerlich ist das denn bitte? Das Spiel hasst mich. Und nicht du hängst fest. Die bedrängen mich in meiner Freiheit. Lame. Meine Wirbel stehen aber alles in allem auch ziemlich scheiße, wenn ich das mal so festhalten darf. Ja, und ich stehe die ganze Zeit so, dass ich irgendwie gefühlt nichts machen kann. Ja, toll. Ich hatte jetzt eine Lenkrakete. Aber auch, weil ich beide Male keinen Wind hatte, wo ich was mir hätte mit Wind machen können. Ähm. Ähm. Das ist ein Mikro nicht. Das ist noch nicht. Mach doch hier. Nee, das ist die Lenkrakete. Ich haue hier einfach mal rein. Nein. Das ist doch gut. Hui. Das könnte man jetzt erst. Das schmeckt. Oh, und nimmst du 126er nochmal hart mit. Mmh, lecker. Das ist halt richtig böse. Das ist ja richtig böse. Ich denke, es ist jetzt der Lachen der Dritte. Die könnte reichen. Wie reicht, wenn du schmeißt, liegt er auch wieder ganz schnell weg. Ach nee, doch nicht. Aber dort ist auch noch ein Wurm von dir nachher. Der weiß. Der wird aber nicht so viel. Er hat ein 31er kastiert. Er rutscht in ein klitzekleines Loch noch rein. Das ist ja gut, ey. Damit er ja nicht viel Schaden an dem macht. Ja, das sieht nicht so gut aus, Leute. Ich bin relativ zufrieden. So, ich glaube, ich verliere jetzt meinen nächsten Wurm. Naja, ich glaube nicht. Ach doch. Gön. Junge, Junge, Junge. Wie gehen sie ab, die bösen Sachen, ey? Auri, du kannst doch nicht immer auf mich gehen. Ja, du bist halt in der Nähe und du bist halt auch gerade auf mich gegangen. Was soll ich denn machen? Ja, da ist ja auch niemand anders, auf den ich hätte gehen können. Gewalt erzeugt, gegen Gewalt hat man dir das nicht erzählt. Viel Spaß. Wie er sich auf die Nasenspitze balanciert. Ja, echt, wenn er noch hochgeguckt hat, so, und was ist das denn, blöd. Yay. Ich bin endlich mal wieder mit dem dran, das ist doch schön. Alter, Jack ist halt auch wirklich so positioniert, du kommst gar nicht an den Rand. Ja. Ich versuche mein Bestes. Ja, toll, dann bist du bei mir. Das gefällt mir eigentlich auch nicht so sehr. Ich muss mir irgendwie einen Weg bahnen. Jack wird halt gewinnen durch AFK sein. AFK sein, ey. Als wenn ich hier nicht mitgefeidet hätte. Das ist gut, das würde mir sogar helfen. Mach den platt. Oh, da ist ihn doch. Das habe ich nicht gesehen. Das war ja großartig. Nein, das ist echt gar nicht mehr. Fuck, Alter. Laui, nein, mach das nicht. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Er hat dich gerade so gut entertained. Oh, Gott. Wie wechsle ich die Richtung mit Tab, ne? Ja. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Oh. Wie der so mit der Schrotflinte auf mich zugekommen ist. Oh. Oh, fuck. Und 73, das ist aber ordentlich Damage, ey. Das ist ja so. Ron, was ein Tag war. Oh, ey. Scheiße, war das gut. Den, 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 den. Und der Wind macht sein weiteres, oder? Komm, hüpf. Ja, der ist rot. Du Hure, brat und hüpf. Oh, du hüpf. Scheiße. Meine Konzentration ist bei 0. Gut, ich habe nicht mehr allzu viele Würmer. Ehe auch nicht. Fühlt habe ich nur ein, so wie die alle auf einem Haufen stehen, ey. Sudden Dev ist auch gleich. Stimmt. Hm. Der eine von ihm stinkt auf jeden Fall zu Tode. Let's go. Ich glaube, der kriegt, wenn er wechselt, hat kein Damage. Wir wechseln? Ähm, nur, wenn du den Wurm wechseln musst. Ja, ja. Den mit der Tasta aktivieren und danach teilen. Ah, okay. Gut noch. Ist zu spät. Ist zu spät. Bitte? Bitte? Ist es noch ein paar? Ja, ja. Hat er da was eingesammelt gehabt? Na, weil haben wir doch Standard oder nicht? Ja, ja. Ach so, ja. Dann habe ich zwei, weil ich muss ein gesagt, dass ich mir... Jo. Das ist nicht der verschissenen Ernst. Jo, das ist er, ey. Der Dude ist einfach ein Ninja. Junge, wie viel Glück am Abend. Das ist ja lecker. Das ist ja richtig gut. Das ist lächerlich. Boah, ist ja geil, ey. Ich würde ja jetzt am liebsten da den 21er irgendwie weghauen oder sowas, aber... Ja, mach das mal. Ja, mach das mal. Nee, eigentlich würde ich da was über ihn rüberwerfen, aber das wird, glaube ich, nicht so geil klappen. Ich glaube, ich probiere es einfach mal, dass wir drum drehen, oder? Bitte drehe ich um. Ja, das wird dreht um. Ja. Hä? Genau, lauf weiter. Sammle den shit ein. Dankeschön. Ich schätze. Oh. Okay, 6 Wurm geht auch drauf. Macht nichts. Kollateralschaden. Athleten schaden. Ganz genau. Und der macht die Tür auf. Geil. Ja, jetzt kommt die Forster und raus. Da kommt die Holstoll. Du hast da einen Wurm, ich hab nur drei Würmer. Und den haben wir hier. Ja, das ist alles scheiße. Aber wie das Schaf auch bei dem Loch nicht gesprungen ist, durch das Fehlgefallen ist. Karma, Phil ist ein Schaf. Phil ist ein Schaf! Was wird das jetzt? Oh, die böse Banane? Die finde ich grundsätzlich jetzt nicht so verkehrt, wenn die richtig kommt. Tja, aber da die Banane, die Randomness überhaupt... Die ist gut, die ist gut! Die ist scheiße. Ja, leider. Die ist an sich gut geflogen, nur halt leider nicht performt. Komm, verbrennt eben noch schönen Arsch, ihr Haas, voll. Also hier, meine Easy Peasy Ninja Wurmer, die können alle ausreichend. Smitty Würmchen Jagam und Jens, was ist ja auch noch eine Banane. Äh, ja. Ja, wahrscheinlich. War mal gleich, wie sie backstabt, ey. Und? Oh, nice hat Dice da. Hat aber eigentlich halt nur den einen erwischt. Ja, leider konnte das. Ja, deswegen schirrt mich das nicht. Das hat den kleinsten Wurm platt gemacht, ey. Er ist dran, B ist dran. Und hier ist der Trottel dort unten. Jo. Da reicht eigentlich eine Holy, oder? Die wissen, die wird da oben halt nicht landen, ne? Ah, nee, schade. Die wird nicht reichen. Ja, das dachte ich mir, dass das passiert. Gut, das reicht auch. Genau darauf habe ich gerechnet. Ach, das war der Fall. Falt doch mal. Ah, schade. Ist nichts mit Fallen auszusehen nachvollen genommen. Er hat zu den anderen nicht schon eingesetzt? Nee, ich hatte schon einmal nachvollen eingesetzt, aber ich habe auch einmal nachvollen gefunden gehabt. Deswegen. Ich habe mich leider in der Waffe getäuscht. So, lass über einfallen für den Krakade, kommt man da drunter, oder? Oder siehst du aus, als will er dich haben? Shit. Oder einfach nicht. Die hätte da unten ins Loch reinfallen sollen. Du hättest ja auch einfach links ins Wasser werfen können, dann wäre die nicht noch aufgeditscht. Das muss ich ja schon fast sagen, das tut mir echt leid, dass dein Wurm da oben mit ist, Lauri, weil... Den werde ich halt durchgehend jetzt mit angreifen. Ja, das ist halt so. Ja, sehr gut. Oh, oh, oh. Oh, ah, das wird böse. Leid gar nicht. Geil. Wenn man hätte die nicht liegen bleiben können. Ey, das ist nicht... Ja, halt auch noch von Lack verfolgt ist der Junge. Das gibt's nicht, ey. Ninja. So Ninja, ey. Wie geil ist er. Ja, genau. Die Kiste kann er gleich in dein Wurm reinrollen, dass du dir auch so direkt ein Snacks. Ja, das war nicht jetzt halt leider. Ja, ich brauche mich auch. So, Berne ist da unheimlich. Und das ist auch nicht, ich habe freie Schussbahn. So, was habe ich denn noch? Ich habe nichts mehr eigentlich. Nur noch Müll. So. Jetzt haben wir aber ein entspanntes Match. Wir haben beide noch drei Würmer und so. Ich meine, eigentlich ja nicht. Wir haben drei Würmer gegen ein Wurm und zwei Ninjas. Ninja. Er hat nicht mal damage bekommen, what the fuck. Wie kann der kein Damage bekommen haben? Das ist direkt bei dir explodiert. Er ist halt ein Ninja. Was soll ich dir das sagen? Ich glaube, Jack cheated. Wie ist denn los mit dem Spiel? Hätte ich denn da jetzt entschieden sollen? Ich glaube, Jack cheated. Ich habe schon verballert. Ich bin er dankbar. die macht halt nur 30 der match ja aber ich wollte eigentlich das ding was ich so durch die die map arbeitet weißt du ja das wäre das gewesen aber das macht es nur dann wenn es kein wurm trifft scheiße er ist jetzt drin da kann ich nicht viel machen tschüss und anziehen hatte lebt sogar noch 110 aber gleich nicht mehr auf dem bräuchte ich hier wird sterben wenn er eigentlich dran wäre springt auch rückwärts junge also die position die du da gewählt hast check ist aber schon gefährlich die ist gefährlich wie es eigentlich ziemlich weg aber da werden wir mal schauen tatsächlich das könnte tatsächlich doch hier die table hätte ich mir mal die kiste gespart 139 überlebt da könnte vielleicht noch mit seinen haaren raus gucken scheiße die banane ja die könnte aber richtig scheiße werden ja man muss sagen bei phil liefst wirklich ein bisschen scheiße wir mussten also film nicht in ein bisschen aufeinander gegangen weil check einfach zu sehr im bunker versteckt war aber ja am ende fahr ich den sieg heim das ist alles was zählt das war eine weitere runde morgens mir hat es richtig spaß gemacht danke danke lasst gerne ein like da schaut bei den anderen beiden mit rein und seit meiner weiteren runde bombs auch wieder mit dabei macht's gut leider ciao 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 Vielen Dank.